So, liebe Leute, die erste Bauphase des Baby-Rosa-Geheges ist abgeschlossen und heute wollen wir uns mit den Außenbarrieren beschäftigen. Wenn ich die Mellung aber sehe, dann gucken wir doch erstmal nach dem Rothund-Nachwuchs. Bin mal gespannt, wie viele Tiere es werden und wir gucken uns auch mal die Gene an. So, die Mami zählt schon ein bisschen nervös rum. Ich denke mal, dass sie sich wahrscheinlich gleich hinsetzen wird und dann geht's auch schon los. Na? Jawohl, ja. So, Nummer 1. Da kommt wohl noch jemand. Nummer 2. Und sie steht immer noch nicht auf. Wohl noch Nummer 3. Jawohl, ja. Und? Nummer 4. Nein, okay. Sie ist fertig. Wir machen mal Pause. Denn jetzt haben wir sie alle schön beisammen. Und gucken mal, Theas. Ui, Fruchtbarkeit. Na ja, ne? Hm, nicht so doll. Adfight ist jetzt insgesamt nicht so der Burner. Und hier haben wir... Na cool. Na cool. Na ja. Okay. Sagen wir mal so, auf jeden Fall haben wir die nächste Generation. Und wir können uns direkt mal wieder dem Gehege widmen. Also, der Größenwahnsinn hat mich gepackt. Und wir halten noch mal fest. Wir halten noch mal fest. Hirscheber wollen 290 Quadratmeter. Ich schätze mal, wenn ich hier einen Zaun drumherum ziehe, sind das irgendwie zwischen 4.000 und 6.000. So, was ist denn da schiefgelaufen bei mir? Habe ich irgendwie als Kind zu nah an der Wand geschaukelt? Ich weiß es nicht. Die Frage ist, was wir damit machen. Und ich würde sagen, bevor wir hier tatsächlich irgendwie eine Barriere ziehen, machen wir das Ganze doch mal ein bisschen kleiner. So wird das Ganze irgendwie nicht funktionieren. So bekommen wir auf jeden Fall nicht die Tiere dazu, dass sie von den Gästen gesehen werden. Also, machen wir das Ganze mal ein bisschen größer. Und, na ja, wir müssen es ja nicht übertreiben. Und ziehen hier einfach noch mal wieder ein bisschen Land weg. Wir bleiben mal auf dieser Höhe. So. Hier nehmen wir auch was weg. Das ist ja der helle Wahnsinn, was ich hier gemacht habe, ne? So. Und auch hier gehen wir noch mal ein bisschen rein. Und auch hier, hier machen wir das ganz anders. Hier nehmen wir sogar von hier unten was weg, oder? Es braucht kein Mensch so viel Platz. Und vor allen Dingen kein Hirscheber. So. Weil wir müssen es ja auch irgendwie schaffen, dass die Tiere tatsächlich irgendwo in dem Bereich sich aufhalten, wo sie tatsächlich von den Gästen gesehen werden können. Und machen wir hier noch mal so. Ja, jetzt wird das auch von der Form ein bisschen interessanter und ein bisschen spannender. Insofern ist das schon gut so. Und jetzt... bauen wir hier noch ein Plateau rein, oder? Irgendwie hier so. Uh, das war das falsche Werkzeug. Probieren wir es noch mal. Hier. Ja, und da kommt jetzt der Weg. Wir sind also ein klein wenig zu tief. Gehen wir noch mal ganz leicht hoch. Mal, ob wir es jetzt zukriegen. Die Antwort ist nein. Nächster Versuch. Ja, das ist die richtige Höhe. Hiermit können wir arbeiten. So. Jetzt ist 10% natürlich wieder ein bisschen wenig. Okay. Jetzt machen wir natürlich hier die Wand wieder richtig, ne? Die Frage ist, was wir jetzt mit diesem... Oh! Mit diesem Überhang hier machen. Das ist ja wirklich... ...verdammt dünn hier. So machen wir das. Okay, und jetzt ziehen wir hier tatsächlich mal die Kante noch ein bisschen schärfer. So. Und hier gehen wir auch noch mal ein bisschen gröber rein. Rüber. Grober. Junge. So. Und hier kommt auch was weg. Und dann, denke ich mal... ...haben wir das einigermaßen so. Was ist denn hier los? Guckt mal. Ich zoome raus und die Decke verschwindet, ne? Die ist so dünn... ...dass die noch nicht mal richtig dargestellt wird. ...machen wir es dann noch ein bisschen dicker. So. Ja, da sind wir schon auf der richtigen Höhe. Okay. Jetzt leichtes Glätten. Wenn man das zu stark macht, kriegen wir hier wahrscheinlich einen Fluchtbereich. Ah, ist das nervfähig. ...machen wir es dann auch noch mal rein. Okay. Und hier... ...könnten wir eigentlich auch noch mal rein. Ja, machen wir auch. Das ist ein bisschen zu... ...eng. Ja, dann müssen wir hier die Kurve noch ein bisschen schöner machen. So. Jetzt nehmen wir das hier wieder weg. Oder wir füllen es einfach mal auf. Oder wir bauen das erst mal ab. Ja, wie auch immer. So, irgendwo müssen wir starten. Also machen wir das mal so. So. Okay. Machen wir das so. Ne, wir lassen das schön steil. Wir lassen das erst mal steil. So, habe ich eigentlich was von Außenbarriere gesagt? Ja, ne? Das war der Plan, von dem ich mich auch momentan gerade wieder so ein bisschen entferne. Aber ja, wir haben ja erst mal hier ein paar Dinge irgendwie wieder glatt zu ziehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Uh, das ist jetzt echt nett einfach hier. So. Jetzt haben wir schon wieder Überbelegung bei den Nebelpadern. Dann gucken wir uns das einmal kurz an. Die sind gerade erwachsen geworden. Also, einmal filtern. Was haben wir denn hier? Zwei erwachsene Weibchen. Eins ist Bronze, eins ist Alt. Naja. So. Weg mit dir. Nehmen wir doch die Punkte. Und wir gucken nochmal. Bei den Männchen meine ich auch, dass es zwei gewesen wären. Ja. Gucken wir mal nach den Genen. Das ist natürlich Bombe hier. Das jüngere Tier. Aber ja, gut. Das ist ein bisschen schlechter von der Wertung. Ja, ich verabschiede mich von ihm. Aber ab ins Handelszentrum. Ich glaube, damit können wir später noch was anfangen. So. Alles gut. Da haben wir keinen Stress mehr. Dann. Ach, da drüben sind wir zu Hause. Okay. Gut. Ich würde fast sagen, wir sind soweit, dass wir mit der Barriere anfangen können. So. Solche Ecken hier machen mir natürlich gleich Probleme. Das sehe ich jetzt schon. Mittlerweile haben wir ja schon ein paar Erfahrungen gesammelt mit Fluchtbereichen. Machen wir uns nichts vor. Müssen wir einfach ein kleines bisschen stärker hier absetzen. Dann können wir vielleicht noch ganz dezent glätten. Vielleicht erst mal nur die Oberkante. Ja, das wird schon gehen. Ne, das wird schon klappen. So. Ja, lassen wir es erst mal so. Und das gibt jetzt tatsächlich die Fläche von dem Gehege. Und was wir hier mitmachen? Eine Ahnung. Das werden wir noch sehen. Mich stört es. Ehrlich gesagt. Mich stört das hier. Ist das so ein bisschen durchreint noch. Das geht halt am Ende tatsächlich in der Auflösung unter. Ja, nun ist jetzt egal. Also, ich würde jetzt sagen, wir glätten hier drüben auch erst mal alles weg. Denn hier können wir ja natürlich auch am Ende die Mitarbeitergebäude hinsetzen. Da können wir noch mal gucken, wie wir das gleich machen. Aber erst mal ziehen wir das Land hier runter. So, mal ein bisschen an den Wegrand. Und das ist natürlich auch alles noch nicht schön hier. Ja, kriegen wir auch noch gelöst. Jetzt machen wir es doch erst mal irgendwie billig. So. Okay. Wunderbar. Also, reden wir jetzt mal tatsächlich über die Barriere und beginnen werden wir mit einer Tür, ein Glasgehegeeingang. Wenn ich den natürlich hier jetzt irgendwie setze, haben wir eventuell Fluchtbereich. Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus, wenn ich den hier hin haue. Dann dürfte da nicht viel schief gehen. Fangen wir einfach mal so an. Und jetzt bitte unsichtbar weitermachen, ne? Passt mal auf. Das wird erst mal markiert. Das wird unsichtbar gestaltet. Und ja, das wird doch gut. Das geht. Nur die Frage, ob das von der Höhe her passt. Ja. Denn ich denke darüber nach, den Weg direkt da hinten anzuschließen. Das werden wir noch sehen. Also erst mal, Tatsache, Barriere aufbauen. So, wir machen mal ein kurzes Stück. Gehen mal nach hinten weg, irgendwie, damit hier kein großer Fluchtbereich entsteht. Dann, ja, zäunen wir das Ganze irgendwie ein. Und das geht jetzt hier nicht. Machen wir es doch gerade. Ach, gehen auf 8 Meter. So. Und dann gehen wir einmal hier rundherum. Und das muss sich auch gar nicht so eng anschmiegen. Das ist vollkommen egal. Denn eigentlich sollten die Tiere von dem Plateau nicht runterkommen. Dann müssen wir weder nah ran, noch in irgendeiner Weise sehr genau arbeiten. So, jetzt hier runter. Dann sind wir doch auf der sicheren Seite. Immer noch gespannt, wie groß das am Ende ist. Immer noch viel zu groß. Das habe ich jetzt gemacht. Gehen wir hier hin und da drauf. Okay. So, den müssen wir ein Stück weit ziehen. Gucken wir mal. Oh, das sieht soweit vernünftig aus, oder? So. Okay. Also, bevor wir uns irgendwie Tiere hier reinsetzen können, müssen wir natürlich ein paar Gebäude hinstellen. Ich habe es ja gerade schon angesprochen. Wir nehmen uns jetzt einfach mal eine Warteschlange, sondern einen Mitarbeiterweg. Ui, jetzt ist der Eingang weg. Wie habe ich denn das hingekriegt? Ey, der war doch eben noch da. Naja. Es ist immer irgendwie was, ne? Also, nochmal weg. Nochmal neu setzen. So, und jetzt einfach mal aufpassen beim Anschließen. Haben wir noch eine Sache vergessen? Ich will ein kleines Stück nach hinten gehen. So, und jetzt hier drauf. Und wir probieren es an der Seite nochmal. Unsichtbar, bitte. Und. Einmal hier rüber. So. Jetzt haben wir in der Tat ein Eingangstor. Und das. Ja, ach, das ist aber schade. Da können wir nichts mehr machen, oder? Auch hier hinten, ganz alleine, in der Ecke. Och, nee. 31,5 Jahre alt. Ja, ne? War schön hier mit dir im Zoo. So. Hier drüben geht's weiter. Ja, okay. Kurze Schweigeminute eingelegt. Wir nehmen wieder den Weg. Und jetzt probieren wir doch einfach mal, uns hier rüber zu arbeiten, oder? Die Richtung passt. Jetzt machen wir mal Winkelausrichtung an. 90 Grad. Und gehen direkt hier drauf. Passt fast von der Höhe. Hier hinten haben wir noch tatsächlich eine kleine Angleichung. Vollkommen in Ordnung. Jo. Schwebt ein bisschen. Das ist okay. Denn, was ich mir gerade so denke, ist, wir könnten jetzt mal die Gebäude links und rechts irgendwie anordnen. Das Ganze schön verkleiden. Und hier vielleicht einfach so einen kleinen Straßenzug gestalten. Und. Ich weiß jetzt nicht, wie ostasiatisch das ist, dass die Straße jetzt höher liegt als die Häuser. Wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht sieht das ganz nice aus. Wir gucken mal, was wir brauchen. Auf jeden Fall würde ich jetzt gerne mal wieder mit einer Quarantäne-Station beginnen. Wir haben ja immer noch die eine unterhalb der Rothunde, die nicht so ganz dolle funktioniert. Dann nehmen wir einfach. Jo. Brauchen wir denn einen großen? Haben wir den Nebelpader? Die Rothunde werden da unten hingebracht. Nee, ein kleiner reicht. So. Wir drehen das mal. Gucken jetzt mal. Höhe habe ich jetzt aus Versehen geändert. Weil ich wieder mit den dicken Fingern irgendwie auf der Tastatur lag. Das Ganze muss natürlich jetzt irgendwie wirklich schön parallel zur Straße sein. Na ja, ungefähr so, ne? Jetzt mal ein Stück zurück. Und ich gehe aber auch noch tatsächlich hier so ein bisschen in Richtung Gehege weiter. Und so nah ran wie möglich, ne? So, da haben wir die steile Treppe. Okay. Aber das könnte eventuell ein bisschen zu steil sein. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Jetzt kommt ein Tierarzt daneben. So, und auf die andere Seite setzen wir jetzt mal erstmal eine Tierpflegerhütte. Ich denke, da reicht eine kleine. So viele Tiere sind das hier ja nicht. Ja. Mhm. Super. Dann brauchen wir doch mal vielleicht eine andere Rastergröße. So. Warum geht das hier vorne nicht? Wenn ich hochgehe, geht's. Findet hier irgendwas mit der Rastergröße nicht? Ja, passt mal auf. Dann machen wir das doch hier. Das ist doch eigentlich ganz nice, oder? Direkt hier irgendwie ran. So, dann nehmen wir noch eine Werkstatt dazu. Wüsste zwar nicht wofür, weil wir haben hier eigentlich keine Barrieren. Ja, machen wir mal da hin. So, wir brauchen noch einen Mitarbeiterraum. Und den machen wir ruhig mal groß heute, denn davon haben wir noch nicht so viele. Was könnten wir denn noch gebrauchen? Forschung braucht man nicht. Ein Handelszentrum. Das wäre doch noch ganz nett, oder? Okay. Stellen wir einfach hier hin. Und das ist mir jetzt ein bisschen zu sehr geknäult. Das variieren wir noch mal ein bisschen. Jetzt setzen wir noch mal ein Stück nach hinten. Wie wir das Ganze am Ende dekorieren, können wir uns noch überlegen. Jetzt muss es erstmal funktionieren. Und ich würde gerne die Tiere nämlich hier irgendwie noch in dieser Folge ins Gehege holen. Und deswegen gehen wir mal zum Tierhandel. Suchen uns mal die Barbie Rosa raus. Suchen uns mal die Barbie Rosa raus. So, jetzt haben wir sie. Ziemlich billig die Tiere. Nehmen wir ein schönes Weibchen. Wunderbar. Und gucken noch mal. Nicht Filter zurücksetzen, sondern... Ah ja, wir brauchen Strom. Sind wir noch ein schönes Männchen? Na ja, ne? Es wird jetzt nicht viel besser. Dann lasst uns mal bei diesen beiden Tieren. Ähm... Strom? Ja, Strom. Strom ist ein gutes Thema. Dann machen wir noch Strom hin. Und dann nehmen wir... Einfach einen ganz normalen Transformator. Und dann nehmen wir diese Baugruppe hier. So. Gucken wir mal, ob das reicht. Ja. Icke. Okay. So. Die Tiere müssen noch in die Quarantäne. Wo sind sie denn? Da. Und vielleicht werden ein paar Mitarbeiter nicht schlecht. Wir nehmen noch mal hier so... Von den wichtigen... Berufsgruppen jeweils eine Person. Techniker können wir auch noch mal gebrauchen. Sicherheitsbeamte haben wir eigentlich fast keine bisher im Zoo. Da nehmen wir mal ein bisschen mehr. Verkäufer brauchen wir jetzt nicht. Tierarzt wäre mal gut. Und Ausbilder muss jetzt auch nicht sein. So. Wir schauen jetzt einfach mal... Wie groß der ganze Laden hier ist. 3.808. Viel zu groß. Wir brauchen wie gesagt 290 und ein paar zerquetschte. Aber in dieser Zahl steckt ja jetzt tatsächlich auch noch diese Fläche hier innen drin. Das heißt, ich denke, die Hälfte geht noch ab. Dann sind wir bei 1909. Hier komme ich auf 1909. Irgendwie 3.808. Da war diese Zahl irgendwie poetisch jetzt. Also. Vollkommener Unsinn, was ich hier gerade erzähle. Aber macht ja nichts, ne? Hauptsache ihr denkt, ich bin ein Mathe-Genie. Dann ist doch alles gut. So. Okay, jetzt müssen wir warten, bis die Quarantäne durch ist. Jetzt haben wir hier unten natürlich Hässlichkeiten wegen der Barrieren. Und wir kriegen wahrscheinlich auch hier unten noch Probleme mit den Wegen. Und den negativen Effekten. Wir nutzen jetzt mal schnell die Zeit. Kümmern uns ganz kurz um dieses Wege-Thema hier. Das ist ja auch noch sehr tragisch, würde ich mal sagen. Wir füllen erstmal in diesem Berg wieder auf. So. Ach du Schreck. Quarantäne-Phase ist schon vorbei. Mega, das geht ja schnell hier. So, hier hinten diesen Schandfleck, den machen wir auch mal anders. Hauptsache wir kriegen das hier vorne jetzt mal irgendwie glatt. Was da jetzt ein ganz normaler Weg dran, ohne dass es richtig bescheuert aussieht. Ja, wenn wir hier abflachen, dann geht das, ne? Ja, und dann haben wir schon wieder unsere Lücke. Himmel, Herrgott. Wo ist hier das Problem? Das will ich jetzt noch schnell irgendwie lösen. Ansonsten werde ich verrückt. Ach ne, das bin ich ja schon. So, vielleicht ist das der Weg zum Erfolg. Passt gut. So, sieht schon mal besser aus. Jetzt schließen wir diesen anderen noch an. Ja, Quarantäne-Phase ist vorbei. Wunderbar. Mittlerweile schon ein bisschen länger. So, bitte gehen wir noch mal ins Quarantäne-Zentrum, holen uns die beiden mal raus und schauen einfach mal. Jetzt ist mein Personal schon wieder abgehauen. Supergeile Sache. Mensch, Leute. So, und dann müsste es jetzt die ersten Tiere gleich geben im Gehege. Okay, da kommt die Box. Barbie-Rosa-Alarm. Hirsch-Eber-Zinn ein. Das ist ein Männchen. Sehen wir schön hier an unseren, ja, an unseren Zähnchen. Mir fehlt gerade das Wort, um Gottes Willen. Ich haue. So, und jetzt kommt das Weibchen. Jawohl, ja. Machen wir noch einen Check, bevor wir hier die Folge heute beenden. Und gucken mal, wo die beiden ausbrechen können. Tapir in Zucht können wir jetzt nicht verhindern. Also können wir schon. Machen wir jetzt aber nicht. Super, der Plan ging auf. Nur bei der Tür. Das habe ich ja erwartet. Aber das kriegen wir gelöst. Größe. 1700 von 305, sogar 1800 eher. Ja, aber davon kriegen wir noch einiges weg. Durch Bäume und durch andere Sachen, die wir noch hinstellen, wo die Tiere einfach nicht langlaufen können. Also, dann nehmen wir noch mal zwei Steine hier. Machen einmal den Bereich dicht. Was nehmen wir denn hier? Den disliken wir mal. Der ist mir jetzt zu groß. Das sieht doch aus, als dürfte es funktionieren. Heißt jetzt aber nur, dass es für die Erwachsenen-Tiere geht. Für die Jungtiere könnte das noch immer nicht ausreichen. So, Zucht gibt es keine. Gibt es ja schon die erste Annäherung. Nee, bitte nicht, oder? Okay. Ja, Leute. So schaut es aus. Jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Halbe Stunde ist um. Ich würde sagen, wir lassen es gut sein. Oder wir korrigieren jetzt hier unten ganz schnell nochmal die Barrieren, damit das ein bisschen hübscher ist. Das machen wir noch. So. Und die noch weg. Kleine kosmetische Dinge, die machen wir jetzt noch schnell. Und das Tierwohlbefinden, das kommt dann morgen dran. Hier bitte. So. Da haben wir doch einige Dinge, die wir klären müssen. Hier ist noch eine Barriere im Weg. Okay. Jetzt ziehen wir sie wieder ran. Ups. Alalala. Ahm. Ahm. Okay. Gut. Gut, Kirscheber sind eingezogen, Gehege ist noch ziemlich blöd, aber das können wir ja noch bearbeiten, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dann, euer Matze.